Wer die Abgeschiedenheit beim Angeln nicht unbedingt braucht, aber trotzdem einen schönen Tag in der Natur verbringen will, der ist hier am Heinzigteichen Oelsnitz bestens aufgehoben. In den Vorbereitungen zur 7. Sächsischen Landesgartenschau 2015 wurde auch der Heinzigteich mit der Gewässerbezeichnung C05108 einer Teilsanierung unterzogen. Mehrere Maßnahmen wurden hier unternommen, die der Verbesserung des allgemeinen Gewässerzustandes dienlich sind. Völlig neue Bereiche entstanden auf der Dammseite des Gewässers. Eine Flachwasserzone mit Schilfpflanzungen wurde angelegt. Diese bietet nun mehreren Tierarten einen optimalen Lebensraum. Stellvertretend seien hier der Teichfrosch und die Heidelibelle genannt. Auch rund um den Heinzigteich wurden mehrere Staustufen als Strukturelemente in den Gräben angelegt. Das dient zur Verbesserung und Reduzierung von Nährstofffrachten in das Gewässer. Auch der Fischbestand wurde etwas reduziert. Besetzt ist der Heinzigteich mit Karpfen, Hecht, Schlei, Barsch und Plötze. Auch einige große Graskarpfen sind beim Rundgang unter dem Schutz alter, schattenspendender Bäume auszumachen. Unberührte Natur ist hier zu finden. Diese sollte von allen mit gebührenden Respekt behandelt werden. Denn naturbelassene Biotope wie hier sind selten geworden in einer von Menschen geprägten Landschaft. Auch die beiden Teiche, neben Heinzig noch der Pferdeteich, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, sind vom Menschen gemacht. Hier hat der Mensch mit Weitsicht agiert. Das kommt letztlich der Natur zugute, die an dieser Stelle mehr Bioversität durch Vernetzung unterschiedlichster Lebensräume zulässt. Angler sollten hier die Sportfischerei mit Respekt gegenüber der Natur ausüben. Auch für den Gastangler ist es möglich, Tages- und Wochenkarten für den rund 0,6 Hektar großen Heinzigteich zu erwerben. Und auch das Nachtangeln ist an dieser Stelle erlaubt. Wie in allen Pachtgewässern des AVS gilt auch hier die Gewässerordnung des Landesverbandes Sächsischer Angler. Wie in allen Pachtgewässern des Landesverbandes Sächsischer Angler.